You can't take it back, no I've got so much left to say, no So Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Part von der YouTuber Championship Nein, doch, nein Ich verstehe echt nicht, warum wir jedes Mal bei der F1 Bros League nach dem Qualifying die Lobby neu starten Das bringt nichts Bringt nichts? Ja, Philipp, es bringt ja nichts Die starten jedes Mal nach dem Qualifying die Lobby komplett neu Wo keiner rausgeflogen ist Das macht ja keinen Sinn Das muss man nur machen, wenn einer rausgeflogen ist Im schlimmsten Fall wird das nicht mal abgespeichert Was, 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 was Na egal Wapp, wapp Oh Gott Das sind so, das sind so Die, ich glaube inzwischen dritte Folge mit diesem schönen Lied Für die Rennen machen Ach komm Sonst habt ihr das auch nochmal gemacht, also Ah ok, ich darf jetzt meine Strategie nicht bearbeiten, ok Ich starte es von der 8 Interessant Also ich mach ne 1 Stop Und wo starte ich eigentlich, ja von der 8 Interessant Ja, die 1 Stop kann man hier machen, weißt du noch, Philipp, Marc Alter, wann soll ich hier rein? Wann? Ist dir irgendwas vorgeschrieben? Ok, das mach ich nicht Medium oder Das mach ich nicht Also ich hab meine Strategie schon Kann mein Setup wieder vollkommen ändern Ich hab meine Strategie auch, also ich bin fertig Ja, dann änderst aber nichts, Swaggy Fertig Ich änderst nicht Ja, ich hab's eigentlich auch fertig Mal schauen, die sind Die Medium lasse ich hier weg Also, Swaggy 1, ich 2, Tobi 8, Leon 11, Justin 12, oder? Ja 10, Justin, 10 Was ist mit Benzin hier? Spart man hier, weiß man nicht Spart man hier oder so Spart man hier oder so Spart man hier Benzin, ich weiß nicht Nein, ich nicht Ich werde nicht so viel mitnehmen direkt Ich schon Nicht lang Fackeln, auf geht's Ja, let's go Ich hab grad Fack gesagt Also, Swaggy Fertig Fertig Nein Pass auf, dass der Bottas und Hamilton sich gleich abschließt, ne? Wenn man dann sagt, Swaggy so eine Fahrhilfe ausscheiden oder so, dann bist du direkt 3 Sekunden langsamer Was hast du ausprobiert? Ideallinie hast du ausgehabt in Russland? Ging gar nicht Ja, da, da war ich Ciao Was hast du noch probiert? Mitte, glaub ich Ja, der ist regeleckt bei mir, ja Den siehst doch eh nicht lang Ja, auch wieder wahr Ja, das reicht Passt auf vor Oroch, die seien da langsam Das Die ist da langsam Der ist schon der Skatt auf Stelle Nee, noch keiner Es gibt ne viel, viel schlimmeres Stelle Letzter Sekte, die schnelle links Du waren eigentlich mit Vollgas mit 300 fährst Achja Das wäre zu 80 In der Safety-K-Phase sind ja so mega langsam Safety-K-K-Wär jetzt scheiße, ne? Ja, ich könnte auch mal Ja, aber das liegt ja darum Porque das safety-Ka gerade in dieser Busch-K up Schikane ist Deswegen wirst du da so langsamer Und wir sollten ja mal eine Profi-Koop machen, wahr? Alle pfeifen aus, ordnungslos Was ich mir eigentlich wünschte ist ist eine schöne Co-oop Meisterschaft mit Karriere Einfluss. Klasse, das wäre geil. Das wäre richtig geil. Also einfach nur der Karriere-Modus mit zwei Leuten. Dass vielleicht sich, dass ein Fahrer zum Beispiel sich um den Motor nur kümmern kann und der andere um den Abtrieb oder so, dass man sich das aufteilen kann. Also zum Beispiel in Echt fahren sie auch. Aber auch mit mehreren, würde ich das sagen. Beispiel der Hülkenberg in Monaco, der musste jetzt auch, da der Julian Palman FP2 wegen Motorschein herausgeflogen, musste ja zwei Trainingsprogramme fahren, dass man, ja, der eine konzentriert sich darauf, der eine konzentriert sich da drauf. Also ich glaube, da hätten sie mehr mit Ködern können als mit den Klassik-Autos. Ja. Die Klassik-Autos, die ziehen aber trotzdem schon. Die Leute waren alle mit dem Schumacher-Auto fahren. Den Ferrari fahren. Ich fand, das 2013 war das, ne? Ja. Ich fand das ja nicht schlecht, aber ich habe selten gespielt. Ja gut, also willst du es auch großartig spielen, wenn, dann brauchst du so von einer Saison ein komplettes Fahrerfeld, damit es irgendwie Sinn machen würde. Und dann halt auch mit den Regularien schon damit, aber sowas hinzukriegen. Jo, Hamilton. Langsam hier. Philipp, pass auf, bitte. Mit Bottas und Hamilton, dass sie dich schießen. Mach doch, mach doch einfach den... Pass auf. Mach doch einfach den Verstappen. Nebeneinander, pass auf gleich. Mach doch einfach den Verstappen. Und bumm. Du bist eh nur der Bottas hinter mir und dann kommt eh ein Red Bull. Ah ja, stimmt, 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 stimmt. Der Hamilton ist ja weiter hinten. Aber ich gehe erst mal wieder schief hier drin. Cool, bei mir reflektiert man sich was bei der Nummer. Ich habe so Schiss vor der... Und danach geht's nach... nach Monstern. Nächste Niederlage für Toro Rosso bei uns. Viel Glück, allen. Viel Glück. Und danach singen wir mal. Halt und Fliegenschwecke. Also Schatz, denn... Ja. Ich glaube, wir sollten die ersten drei Kurven langsam angehen lassen, weil auf der Geraden sind wir eh... Wie schnell jetzt? Einfach safe erstmal. Einfach safe. Richtig. Und Autoschwer? Da muss ich aufpassen. Fahr nicht zu weit nach innen in der ersten Kurve. Ich fahr aus. Könnt ihr bitte weggehen? So. Auf viel Glück. Viel, viel Glück. Guter Start. Bist du in? Ja, ne? Ja. Oh. Oh, da wird sich... Na, es war von Flügeln Marsch. Toro hat sich gedreht, mein von Flügeln Marsch. Da haben sich die... Da hat sich irgendein Red Bull, ich glaube, das war das was, mit dem Master an sich da ein bisschen berührt. So, und es wird überholt. Ach, ne, die sind ja jetzt schon weg. Tschüss. Oh, das ist ein Flüg. Oh, das ist eine tolle Fahrt. Die war da einfach hinterher, Justin. Wo du lagst, bei mir bleib links bitte. Alter, die beiden Red Bullen nebeneinander. Alter, Alter. Mein Flügel ist aber komplett im Marsch. Ja, meine auch schon nicht. Zieh vorbei, zieh vorbei. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Ja, eigentlich... Also, Justin, du musst jetzt an die Box, ne? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Geh ich an die Box? Welche Farbe ist denn kaputt? Rechts rot. Welche Farbe ist kaputt? Ja. Geh ich an die Box? Geh ich an die Box? Ja. Geh ich an die Box? Geil, das müssen wir merken, Leon. Die Farbe ist kaputt. Geh ich an die Box? Oh, der Verstappen! Boah, mein Gott! Das war knapp. Das war richtig knapp. Also, noch... Gut, die Linkskurven sind scheiße, aber... ...umsonsten... Was macht denn der Rosberg vom Brems? Bei mir genauso. Oh, Tobi. Warum wird das auch immer so langsam hier? Der Ricciatus auf den drei muss nicht was passiert sein. Ja, Alter, ne, eigentlich komm ich nicht wirklich durch mit den Flügeln. Ja, der hat den Rosberg überholt. Also, Justin, gehst du an die Box? Oh, aber läuft der da langsam. Oh, dann wird nichts kaputt am Front. Weiß auch nicht, also bisher. Mein siebter Platz ist ja okay. Ja, bei mir auch. Ich bin ja hinter dir. Boah, aber hier... Nee, da kann so ein flöses Weg gehen. Die wollten schon einen neunten Gang schneiden, gibt's ja nicht. Gehst du rein? Ach, ich weiß es nicht, nee. Probier's, weil noch sind wir hier alle so nah beisammen. Und die Reifen sind eh ziemlich schnell durch. Ja. Das stimmt. Fahr rein, Samuel. Tschüss, Matheles. So, Tobi, gleich High-Speed-Battle. Du kannst eh vorbeifahren. Ich wink dich durch, Alter. Alter, mit dem Flügel. Das geht gar nicht klar. Nee. Alter, komm ran. Leon? Ja. Überleg dir das ganz... Okay. Der macht's. Boah. Alter. Alter. Ich hab Angst vor den beiden Mercedes. Hamilton gegen Bottas. Kassler das Auto schwer ist. Ach, guck mal, Dieter leidert mich gut. Hamilton gegen Rosberg, da wurde der Reifen auf mich... Ich mag das eigentlich mehr, als wenn dein Auto leicht ist. Nee, ich will ein leichtes Auto. Aber links Kurven gehen gar nicht klar. Ist bei dir auch rechts kaputt? Nee, links ist kaputt, aber bei mir geht gar nichts klar. Kurventechnisch. Hier vor allen Dingen die, ey, im dritten Sektor, vor denen wir uns so viel Zeit... Oh, da ist gelb. Leon? Ja. Hey, ich kann nicht so schnell in die Kurven. Oh, Entschuldigung. Vor mir ist gelb. Da ist einer ganz langsam. Jetzt sind heftiger, weil er vor euch beide richtig gut. Ja. Ja. Das wär's in der Tat. Kai soll vor mir da mal aufpassen. Ich kann nicht schneller in die Kurven. Da, stell sich in die Box verpissen. Beeil dich da vorne. Okay, die ist in der Box. Ja, das fällt hin und ist eigentlich auch ziemlich aufge... Masse. Okay. Alter. Boah. Ich geh in die Box. Leon? Alter. Lies doch gar nicht rüber, bitte. Ja, ich hab versucht rechts zu bleiben. Alter Vater. Warte, ne Startphase. Ja, das war scheiße, ey. Das war echt ziemlich blöd. War mies. Was? Regen greifen? Was? 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 Kobi. Was? Hast du das zufälligerweise umgestellt? Nein! Ich hab voll mit's drauf! Fickt euch! One more stop today! Mhm, mit den Reifen komm ich durch! Alter, ihr blöden Wichser! Alter, wie das rutscht! Guck mal ob die Farbe richtig ist am Freddy-Reifen. Scheiße! Alter, ich kann nicht fahren! Das Auto rutscht nur! Ich hoffe, das machen sie nicht bei mir nicht! Vielleicht bist du jetzt so langsam, dass es das selbe Ding ausgenösen wird! Eigentlich müsste ich's auslösen. Ich hab noch ein Auto hinter mir. Ah ne, zwei. Scheiße! Das ist ein Witz! Okay, mein Rennen ist gelaufen hiermit! Offiziell ja! Alter! Vielleicht kommt der doch der Regenschauer! Strategie, ja! Mach mal an hier! Änderungen bestätigen Arschloch! Vor allem den Leo und ich krieg vom Jeff gerade gesagt, wir erwarten keinen Regen heute! Alter! Echt dreist! Ist das ein Team-Orders auf dem neuesten Level für dich als Fickle, Justin? Ja, ich glaub auch! Guck mal, die haben das Rennen heute mit gesehen! Guck mal, Nacko! Wir müssten so ein bisschen offensichtlich da machen! Was fährst du für Runden seitens, Maggie? Äh, in der Runde bin ich ne 1... 51? 1,50, 8! Keine Chance, bin bei 42! 54,1! 52,1! 52, ja! Du hast schon... Im Kölnverlust 38, sagst du... Oh, Auto! Na, Ausgaben hochspielen? Ja! Oh, ich rast raus! Oh, schön nach links gefahren, Justin! Alter! Easy, so macht man das! Yo, die Kölnverlust... Oh, abgekürzt, Alter! Haha, aber wenn wir Rottweck so vorbeizugehen, ne? Nett! Bottas! Ja, Bottas! Und jetzt ist der Nico... Der hat heute Intervirus geführt hat! Der hat doch nicht lange mit Kimi gesprochen, der hat genau gewusst, was da vorging! Ach, Leon, schon wieder an der Box, was ist los mit dir? Halt die Fresse! Den Respekt gönne ich mir erzählen! Ach, Mann! Ärgerlich, ja, tut mir leid... Er hat sich das eigentlich ausgebildet, oder? Wie kam das? Nein! Ich hab keine Ahnung! Er muss es ausgebildet haben! Nein! Das kann gar nicht sein! Ich schau später die Aufnahmen, vielleicht bin ich auszusehen auf irgendwas gekommen... Gelb! Ne, fährt weiter! Aber eigentlich hab ich auf nichts geklickt! Sprache? Weil wenn du zum Beispiel die Supersoft hast, du kommst dann da drauf und klickst dann links, dann bist du bei den Vollwaytreifen! Ja, aber ich war nie im Reifenfenster drin! Zumindest nicht bewusst! So, Aufholjagd ist ja 100! Oh, 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 Tobi! 20er? Ja, da hab ich jetzt mal an der Wand bisschen geknutscht! Wir hatten hier die Schilder abgemacht! Philipp, und willst du rein? Jetzt! Dann will ich eine Rückmacht später! 1,51,5 Philipp! Ah, der ist schon drin! Okay! Wir hätten die Schilder nach der Kran abgemacht! Die Zeit ist ja keine Scheiß! Ich muss auch rein! So, dann Oberspekt beholen sollen! Noch geht's mit meinem Flügel! Also ich kämpfe zwar, aber es funktioniert! Ja, wär ich mal nicht an die Box gegangen! Ja, das ist eh nicht so schlimm! Wenn da Philipp jetzt da steht! Oh, ich wollte den vorbei an Rosberg! Jo, dann füge ab! Jo, Alter, die machen hier den Reifen! Hallo! Wo sind die Reifen? Oh, jetzt verlierst du die Position! Ist das lächerlich! Ich bin grad durch die Ohrush gedriftet! Kann man mal machen! Sollte man aber nicht! Jo, das war mein Rennen! Ich schwere dich nicht! Oh, Spiel! Die machen wir fertig! So, let's go! Das sind fünf Flügel Schaden! Äh, vorne rechts rot! Oh, moin! Wie das denn? Die hat den Leon drauf gefahren, weil der in die Masse noch nicht reingefahren ist? Oder was war das? Ja, der, der Masse wurde gedreht und äh, wurde mir vor die Nase geschoben! Und dann musst du den Leon anhalten? Und du bist jetzt zweiter da geworden? Ja, weil ich nicht in die Box gegangen bin! Die Brems wieder mitgenommen! Ja, gell? Wahrscheinlich! Nein! Ich hab mich ja gerade beschwert! Aber es hat kein Mensch darauf reagiert! Weil es eigentlich eine der wichtigsten Schöne überhaupt sind! Ich war nicht aus der Perstrecke! Nein! Es starten uns auf der 13 für alle! Weiß jemand wo Hamilton ist? Oder wo Bodgers ist? Nope! Nope! Stopp! Das ist in die Box zu fahren! Der müsste jetzt ungefähr so... Dehnt da ein Brinter sein! Tut mir leid, aber diese Informationen können wir dir leider leider nicht geben! Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben! Fährst du jetzt durch, Philipp? Nein! Welchen Reifen bist du, Philipp? Doch! Das ist auf keinen Fall! Ja, mit Medium kein Fall! Alles klar! Wir müssen alle nochmal an die Box! Also außer Justin! Ne? Ich muss auch noch an die Box! Einmal aber nur! Ja, ja! Jah-ja! Oh, jetzt sieht er richtig ab hier vorne! Der Camel ist direkt! Ich muss noch scheiß drei Runden fahren! Nee, da vorne waren Autos an der Box. Cool. Alter, die kriechen ja hier. 21 Sekunden. Nice. Nein, das war dumm. Ich bin auch bescheuert. Hallo Verstappen, du hässliger Holländer. Fliegende Holländer? Ja. Kacke. Komm. Vorbeilassen. Das, wie viel Prozent hast du? Äh, 60. Ja, du warst jetzt in, oh Gott. Dann wird die 1 aber sehr schwer, weil ich hab 42. Warum? Ähm, du musst jetzt noch zwei Runden damit fahren. Ich weiß. Gefahren ist schon bis zu platzen. Ich will nicht einfach den Mano einfach nicht mit reinnehmen können in die... Können wir bei KJ-Fahrern zuführen, wenn wir doch den wegnehmen, einfach rausnehmen können, oder? Nö, kann man nicht. Das geht doch eigentlich, oder? Ich weiß auch, ja. Wenn die Kassen mal, wenn die, wenn die jetzt noch geht, Alter. Keiß blöder King. Wer allein, keine Ahnung. Hallo. Alter. Was ist für ein Bug, Alter. Ich fahr in die Boxen klasse rein, ich kann nicht, ich kann nicht schneller als 65 fahren. Da hatte ich auch einmal. Alter. Ich fahr jetzt auf dem Medium mit durch. Ja, wir spielen, dann haben wir nicht so mit uns. Oh Gott, ey. Eber und Safety Car. Ja. Jetzt werden es ja viel ja gar nicht mehr, ich kann vielleicht Leon betteln. Komm hier, leh mich gleich raus. Naja, aber du bist ein gutes Stück vor mir da. Hä? Gaben Positionstausch? Okay. Ist das bitter, ey. Ach, Mann, ey. Weil die da so langsam fahren, wie langsam bist du in die KI in manchen Kurven, die ist unglaublich. Meine Güte. Oh. Neutralen Gang sollte ich mal nicht fahren? Und du fährst jetzt durch mit dem Medium. An dieses scheiß blöde Bremsschild, was da fehlt, Alter. Ja, ich fahr die Kurve jedes Mal. Hätte die Welt mitgenommen. Welches? Das 150er da oben. Nach der Gerade. Entweder das 150 und 100 fehlen. Euch fehlt das 100er? Ja. Also beide fehlen, aber... Das 50er ist da. Ach, Jan, du gönnig mich jetzt erstmal hier. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,6 Sekunden. Ab wann platz ein Reifen? Ab 70 Okay Aber ab 70 ist es dein kubes Glück Die können auch Püsten 95 halten Soll der Wegliado hinter dir halten? Nein, ich habe einen Fehler gemacht Also bei mir steht das 100 Meter Schild noch Das steht bei mir nicht Ich habe einen schwarzen Bildschirm Alter, du hast geleckt Ich habe einen schwarzen Bildschirm Ich fahre voll gegen die Wand wahrscheinlich Nein, nein, der KI fährt wahrscheinlich Was hat denn jetzt hier? Alter, was ist das für ein Bug hier gerade? Die KI leckt der ganzer Zeit nach hinten Hä? Hä, was ist denn hinter mir? Malonado, was? Gerade war der Arianto vor mir Also der Malonado glaube ich Der hat den dann nach hinten geleckt Äh, Justin, hast du wie an einem normalen Bildschirm? Ja, ja Hast du eine Position verloren, glaube ich Ja, ja, ich weiß Ja, gegen Ricciardo Konnte ich nicht halten Ich hatte eh einen Fehler gemacht Der war ja am Überholen Und hat dann noch Nee, Box, ich jetzt noch nicht rein Meine wollten mich jetzt gerade auch schon wieder drin haben Du fährst mit den kaputten Softs immer noch schneller als ich Wenn du auf die Z-Linie bist, dann werde ich mal anfangen, schnell zu fahren bis... Schau mal die D-Linie, das ist das nächste Rennen Super Wir wollten das so eigentlich, sobald wir euch gleich hätten Du bist ja auf Soft schneller als wir, auf Supersoft Ein Monster geht das auch, da kannst du mal ausprobieren Äh, ich bin jetzt nur 1,51,5 gefahren, was bist du gefahren? Ja, ich... War es 51? 1,51,5 Das ist nicht mal meine schnellste Ich hab 1,51,6 als schnellste Mehr geht nicht Das ist das Limit von dem Wagen hier Ich hab 1,52 nur als schnellste bisher Was? Was? Ich hab auf Mediums gewechselt, er gibt mir Softs Also Ferrari hat's heute nicht so mit Reifen Alter, ich hab auf Mediums gewechselt, willst du mich verarschen? Sollen sie ja keine Reifen suchen, das ist alles gut Können sie auch von mir aus suchen, weil ich weniger Zeit als eine Runde extra Willst du mich komplett verarschen? Alter Boah Das war auf Mediums bestellt Ey, die Softs sind die auch scheiße hier Mein Gott, ja, das war's beim Rennen Aber du bist jetzt auf Soft gefahren? Ja Bist du jetzt auf Soft? Ja Dann fahr Soft Soft Super Soft Das ist meine Strategie Ja, toll Ich hab nur umgedreht Ich hätte einen 1-Stop fahren können Für was hab ich mich jetzt die ganze Zeit gequält? Nein! Ach du Heilige! Oh, da ist der Tobi raus Oh mein Gott, das war direkt von meiner Nase Verdammt Okay Jetzt ist der Safety von WM Ne, wäre eigentlich gar nicht Scheiße Ja! 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 Aber ich bin gerade noch zum Glück in die Box gefahren Ich krieg die Medium und dann, ja, komm ich direkt den Tumel Safety Car raus Oh mein Gott! Das Stumme ist, dass jetzt der liebe Philipp auf Mediums wechseln kann Also auf Soft wechseln So dumm Wäre ich eine Runde später gefahren Wir sollten noch Soft wechseln durchfahren Ja, aber dann kannst du das trotzdem irgendwie auf Mediums in die Box Das ist schön Toll Ah, Tobi ist was gemacht Hier oben Ich war schon im Windschatten Wellen ist mit zu langsam durch Ich bin hinten drauf und dann links in die Wand Wollte ich nicht mehr, wollte ich nichts mehr halten Ja, mir hat es halt aufgehalten Also der King war das denn Ja, genau Es lief aber alles scheiße Die K.E. ist ja mega kacke auf der Strecke Ja, ist so Irgendwie wir ja damals bei Österreich auf Altium mitgestellt haben Ja, gut Das macht keinen Unterschied Die fällt trotzdem so scheiße Gut, den Zwecke krieg ich eh nicht Jetzt haben sie immer einen Mediums Für mich Aufmerksamkeit ist der Philipp Ja Ist er auf Soft gehen können Ne Habe ich nämlich nicht geschafft Doch Man, der Safety car labt vier Runden draußen Man hat acht Runden auf Soft Das geht locker Wir gehen in Runde zwölf wieder rein Dann sind vier Runden draußen Reei Das ist schon die erste hier Zehn, Elf, Zwölf Zwölf ist drin Weil ich komme ja Also alle werden nicht dran Kommt der Safety car Wir sehen gleich schon die ersten Beschwerden wegen der KI Oh Justin Was? Jetzt war die Boxen Crew langsam wegen dir Hä? Ich bin doch schon irgendwie weg Ja, die haben aber immer noch irgendwie Kaffee getrunken oder so'n Scheiß Was machst du denn Leon? 17 Gesundheit Ja gut Oh, machen die auch bei dem Ferrari Skin auf das Taurostos Chassis? Das sieht so kacke aus Das ist schlimm aber echt Äh Ich hab bei mir das Ferrari Chassis Aber es ist genau das mit dir jetzt schon 17er Wagen Gerade an der Box Dumm Wieso ist er nicht vorher in die Box gegangen? Weil Verstappen Ne Ne, die sind ja doch Ne Hänge ich gerade? Ne, ich hänge gerade ja Weil Verstappen wahrscheinlich gerade drin war Stimmt Bestimmt Der Ricciardo reingefahren Ja Oh, der ist auf Supers Luft Ja, KI ist dumm Danke KI KI ist in Sachen Rennskrategie extrem dumm Das Spiel ist dumm Alle Philipp Hamilton 5 Bottas 6 Hamilton Ähm, Supersoft Da muss er auch nochmal rein Ah, schön das Also Justin, wenn du da rankommst, kannst du da noch easy Punkte machen, weil die müssen alle voll nochmal in die Box Das stimmt allerdings, aber Was hat man auf Supersoft vor dir? Alonso auf Soft vor dir Bottas auf Bottas auf Seftika Hamilton auf Supersoft Ricciardo auf Supersoft Wer ist in Garde auf der Und Grosjean W3 Ich Kann tatsächlich noch was machen zu Kann tatsächlich noch was machen zu Beeil dich Leon Ja, ich geb' ja das Das ist jetzt auch Japan-Komme Justin, Justin ist gleich da Aber ihr fahrt ja jetzt noch nicht jetzt rein, sondern nächst runter Auf welchen greifen ist Ricciardo? Supersoft Supersoft Und Massa ist zwischen Herbert und Rosberg auf der 20 überrundet Mal gucken, Safety Car? Nein Noch ne Runde Ne, ne, ich war ja erst einer da draußen Und wir zwei Dann kam es raus bei Runde 9 oder Runde 10 Runde 10 noch eine Runde Also online sind es ja immer dann glaube ich 4 Also wenn wir in der anderen Meisterschaft So bin da Wir sind alle auf Supersoft Wächst KI, Alter Ja Also Ungeschwindigkeitsüberschub Und dann einfach rum Hinten gehen Boah, sich da in dieser schnellen Links Die KI macht das sehr langsam Ja Ich hab euch doch gesagt Ich hab euch gefahren zu Kanon Ja ich wei schon langsam Weil ich hab gesehen was der große Stoff für den Abstand löst Ey Aber was macht denn der Massa hier? Es ist interessant dass du wirklich zickzack fährst Bringt ein Führer 3, 2, 1 Ja Genauso wie Jemand schon in der F1 Brose Ich fahrt alle in ihrer Infos Und fahrt jeder Schlangenlinien am Start Das ist nur für die Reifen fressend Für die Reifen wenigstens warm Ich hab einfach Sind nach der ersten Kurve sowieso warm Das ist total Das ist total In dem Spiel ist es total blöd Ich würde es mal realistischer machen Du merkst es nur wenn du nach einem Safety Car Die Hinterreifen darfst Du merkst es ohne Träkionskontrolle Mit kalten Reifen Mit kalten Reifen Oder 90 Grad Das ist nur Leon wieviel da bist du? 16 Ah das geht ja Zielpunkte Das schaffst du easy alter Vor mir sind alle auf Supersoft Ja eben Also es gehen doch nur 6 Ziele läuft Wenn du weg ne Vela macht Dann hast du das Ding sowieso gewonnen Ja ich muss mit anderen Mods da rein Du musst ja natürlich der 2017er Mod drin mit Realistischen Der realistische Geschwindigkeit Du bist jetzt am 17er Fahrer Da bist du zum Erster Bitte? Hast du den drin das Regi? Nein Das war nur ein Joke Boah ich dachte auch grad schon ne Man wird aber ja nicht 47 Weil dann wär ja 43er Zeit Glaub ich am Start Weil ich glaube im Backend wenn sie das auch spüren Das war ja Das war ja Das war ja Das war ja Das ist der Stiftiger rein oder noch ne Runde? Nein rein Diese Runde Wie gesagt aber in ne Runde 12 Drei Runden Hast du gebremst oder das Spiel dich runter gebremst? Ich kann ausbremsen ne? Ja ja Ah jetzt wurde ich aber ausgebremst Boah perfekt Moment erwischt Perfekt Moment erwischt Perfekt Moment erwischt Bei dir Boah Ihr Wichser Fickt euch Fickt euch Das macht mir nix aus Fickt euch Ihr könnt mich jetzt mal so hart an der Cojones lecken Ihr blöden Wichser Entschuldigung Okay Was passiert? Ja Von hinten gleich wieder einen Stoß mitbekommen Von Maldonator Von mir? Ich bin auch gar nicht da hinten Alter wie langsam der Masse ist Was passiert da? Alter Ich hab Angst ich hab Angst Ich hab so Angst Vorsicht hat was passiert Der mit Ricciardo Ich hab so rückspring im Wagen Alter Markus Eriksen hat vor Uruch der Alans überholt Was ist jetzt da hinten passiert gerade? Wo war der Geld? Ricciardo wollte glaube ich an Grosjeor vorbei Der hat sich da weg gedreht So typischer KI-Fehler Kannst selber absetzen Philipp Ja von Grosjeor der alte Ralf Was? Aber schwäng ich schon 2-3 Sekunden weg Alter Ericsson Ich steig dich einfach raus Und du kannst dann auch Deine auf 4 Positionen gut machen Ja ja ich weiß Ich fass auch in der Rouge auf mit dem Überholen Da mach ich nicht nicht Wenn er das hinter den Fassdaten vorbei Der muss ja nochmal hauen Tobi bei mir ist gerade durchaus interessant Gegen die KI Ericsson hätte mich grad schon wieder fast rausgehauen Ich muss auch sagen Ich hab ein krasses Setup Bitte? Ich hab auch ein krasses Setup Ich hab auch ein krasses Setup Okay Einfach eng Ja Etwas Ah ich nicht Warte ich geh mal Hamilton Grosjeor geht an die Box 51 4 fahr ich Alter Kinder Da hab ich mir vorhin Leon den Frontführer an Rosberg angehauen Sehr gut Das coole ist Der Media bitte immer schneller Ja ja Der Superstop von Bottas wird immer langsamer Ah schön wie die Reifen da hinten Hallo Justin Hallo Das heißt wir haben viele Leute da boxen Ja die KI ist jetzt gerade reingefahren auf den Superstop Jetzt sind die nämlich weg Das war das aber gleich auch rein Fünfter ist jetzt Justin Oh Alter Vierter Ne Fünfter Der Riccardo vorhin muss auch nochmal rein Achter Scheiße war das knapp Ok Riccardo ist auf Supersoft Und davor ist Rosberg Auch auf Supersoft Der muss auch nochmal rein Also du kannst dritter werden Justin Boah perfekto Was ist los Leon? Was wolltest du? Ich hab gerade in der Urusche das Fliegen gelernt Ja? Bin nur noch rumgeschleudert Ich hätte ja fast den äh Wer war das letzte Jahr? Magnus und glaube ich ne? Wie die SkinMods auch alles spiegelverkehrt sind Das ist unglaublich Wie lange? Ja weißt du Bei dem Sauber 25 Years Auf der einen Seite ist es richtig Auf der anderen Seite ist es spiegelverkehrt Ja klar Was ist denn das für ein schlechter Mod? Schlecht Die Motoren abdecken ist aber immer spiegelverkehrt Ne ist es nicht Bei Verein Muss er die Localization reinmachen Aber das kann man schauen Aber das hat Bord das jetzt abbiegt Das Toro Rosso Modell dafür genommen Das weiß ich nicht Was kann auch, oder? Ich weiß es nicht Ist halt irgendeine Mod? Ich hab auch nicht die vollständige Mod von Frosier Ich hab den Fros India jetzt mit dem Merenote Chassis Der sieht die Kacke aus Da ist auch das BWT spiegelverkehrt Oder rechts Und der andere Mod den ich habe Der ist dann das richtige Fros India Modell Aber dann alles richtig Der sieht gut aus Boah jetzt bin ich Trutter Alle an der Box Fünfter Alonso Viert den krieg ich noch Ja Geil Wo bist du Justin? Trutter Äh Leon man ich Wechsel irgendwie nur noch ein bisschen Wo bist du Leon? Fünf Ach fünf Ja Okay Mit Regenreifen Ja Extrastop Eine Runde Regenreifen Aber ich hatte auch einen Extrastop Ja okay Die KI hat doch mal die Die KI hat euch da die Position geschenkt Willst du uns eigentlich bei Tobi bedanken? Ja Kein Problem Danke Tobi Sehr lieb Fünf Sekunden Rückstand Philipp Danke dass ich meine Beführung Nicht ausbauen konnte Na ja alles gut Die nur meckern ist davon Ja über mich wird ja auch die ganze Zeit gemeckert Das Beste fand ich mit Zwecke das Bahrain-Duell Das hat Bock gemacht Stimmt Das hat richtig Bock gemacht Ich fand dein Duell aber auch in Kanada geil Mit Hamilton und Boss Hamilton ja Ja Oh Alter meine Sache in Deutschland ist voll geil Letztes Rennen Ole Ole Wo ich dann die Drive-Up ausgepackt habe Drive-Up Ja ich habe auch Glück gehabt an der Aktion Hätte auch viel schief gehen können Alonso auf der 4 Der holt schon wieder mehr Punkte ey Da kann doch nicht sein Der ist nicht mehr lange auf der 4 Der ist nicht mehr lange auf der 4 Ah sehr gut Unter zwei Punkte weniger Ah komm 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 Wir gehen auch in der Box Wir gehen auch in der Box Also so geschenkt hätte ich jetzt einen 4. Platz bitte doch gerne nicht Ich bin in der Box ja voll Idiot Das ist echt 4 Ja Mein Gott Kein War drittletzter und jetzt bin ich 4 Letztendlich doch alle auf den besten 4. Plätzen Wir können ja auf Gleichstellen und ich gerne auf Ultimate Können wir machen Vielleicht dafür Naja Was ist das Dann werden Leon und Justin hinterher hängen Ja Ihr wollt ihr wollt auf Gleichstellen auf Gleich und Ultimate 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 Ja Dann hat Leon und Justin haben keine Chance denn mehr Ja Jetzt bleibt schon Legende Jetzt nicht böse gemeint aber Ne Was ist aber das Interessiert Dass ihr den Hammer gegen Philebor Den ist weil ihr dann keine Schlitte habt Oder es sehr schwer wird Oh Na jetzt ist ja alles Ah ihr müsst ihn Ich hab ihn schon auf 6 runter gestellt Ich hab den nicht in meiner Freundesliste Ich auch nicht Ich können wetten Ich auch nicht Leon Ne ich hab die Ich hab die irgendwann mal aufgeräumt Das ist ja das Problem Einfach auf Offline stehen Wärt ihr nicht freund? Also ich hab ihn nicht mehr Das weiß ich Ich auch nicht Ich such gleich Leon Ich weiß es doch nicht Ich weiß es doch nicht Und tschüss Vor allem jetzt halt bei mir mega lag verursacht Ja das ist behindert Normalerweise hab ich das schon ab 6 Minuten Aber ich ist ja nichts mehr los da Grosjean kämpft gegen Hamilton Um Platz 5 Wie viel nimmst du mir ab Leon? Ich nehm das ab Keine Ahnung Alonso ist auf der 9 Alleine Ricciardo auf der 10 Nur Der Stroll ist auf der 11 Hüttenbeck auf der 12 Eriksen auf der 13 Der Wellen auf der 14 Der Van Dorn 15 Das ist ein riesen 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 Riesenkampf ist da Um Platz Boah Ok ne das gewinnst Du lassen verliert er hoffen nicht Um Platz 11 geht's da aber Den Vorschlag nehm ich zurück Bin 18 und gleich Wow Ich hab auf allen Leid nicht Die gleiche Prozentanzahl 22 Auf IT-Mate könnte man stellen Ohne Witz ne O'Rouge Das ist so ne scheiß Kurve Auf IT-Mate könnte man stellen Eigentlich mag ich sie aber auch nur auf Subaru Fährst du die Vollgas? Ja klar Also ich wär für Ultimate Ja auch Dann wird die KE aber richtig schwer zu schlagen sein Die wird richtig brutal dann auch In den Zweikämpfen mit den nochmal aggressiver Die sagt sich Wenn ich da bin bin ich da Die weicht nicht zurück Die gibt auch nicht nach Aber hier ist Honda richtig Aber auf der anderen Seite ist es Wom ist das Honda hybrid den Dings Aber Belgien und Italien sind die zum Beispiel Westen Rentschkecken der KI Ab Singapur werden wir alles rein runter stellen Runterschkecken Ja Singapur nicht mal Das ist ne coole Strecke Aber warum wollt ihr sie den hoch stellen? Ähm Weil ihr Hallo? Ja Philipp und Swaggy Swaggy die fahren vor Aber sonst Da lässt er nicht Und Swaggy könnte man vielleicht ein bisschen cutten Wenn er Eine Fahrräfer ausstellt Hatten wir ja schon mal probiert Und es war jetzt halt auch nur ne Ausnahme Dass eigentlich Justin und ich hier sind Weil die KI einfach dumm war Ja Genau Ja 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 Für Philipp und Swaggy wären es jetzt keine Probleme Aber für euch beide Das soll die Probleme sein Für dich auch Ja Für Simi aber auch Ja Für Simi auch stimmt Ja Simi hat auch keine Chance denn Bleib einfach auf Legende Ja 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 ganz einfach Wollin da ist schon gleich Da ist schon gleich Das heißt eigentlich ein Mercedes auf dem Hintern Ja Ja Aber trotzdem wenn Wenn Leon und Justin nicht mal hier sagen wir mal Ein Torhose von dir schlagen oder so in Ferrari Dann Kannst du ja vorstellen wie es auf gleich aussehen wird Ja 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 Und das ist ja das Spannende eigentlich. Ihr seid da beide vorne und dann... Ja, ich scheiße hier ein bisschen rein, aber... Guck mal, wer ist, wenn ich Zweck und ich in einem Team bin, dann wäre es, glaube ich, spannend. Ja. Weil wir so ein bisschen auf einem Niveau sind, genau wie Tobi und... Simi. Simi, ja. Ich bin nicht mit Simi auf einem Niveau. Aber ihr habt immer, glaube ich, ungefähr gleiche Ergebnisse gehabt die letzten Rennen, oder? Nee. Singapur war eine Ausnahme. Ach, Singapur, Baku. Hast du aber... Ja, okay. Nee, ich würde jetzt nicht so sagen. Das ist ein Neustart? Ach, ich weiß. Nix für den Simi. Du könntest in der Theorie eine neue starten, ja. Du kannst dir den Rennkalender um... Du kannst aber die Punkte nicht mitnehmen. Müsste man dann separat aufschreiben. Guck mal, ob wir den Maler rausschmeißen können. 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 Ja, genau, die haben gesagt, du hast so viel Arbeit. Ja, ganz ehrlich. Wann kommt eigentlich F1 2017 raus? 25.8. 25.8. Bis dahin sind wir locker durch. Ja, sicher. Das ist im Juli, das steht in diesem Video in den Kommentaren. Das sind wir auch früher durch als unsere Liga-Rennen. Ne, Tobi? Äh, stimmt, oder? Wurde jetzt eigentlich das Liga-Rennen nur verschoben wegen dem Kanada-Rennen? Ah, ich kann das... Weiß ich nicht. Wegen Pfingsten. Ja, weil ihr fahrt Samstagabend um 20 Uhr und... Ne, ich fahr... Das Qualifying beginnt doch da um die Zeit dann, oder? Oder 19 Uhr? Das denn? Ja. Ich hab keine Ahnung. Wie wird deine Reifen durchgehen? Aber es wird sowieso jetzt... 47. Brasilien wird jetzt auf dem 17. verschoben. Okay. Drei Wochen. 35. 35. Ich hab 34%. Gab jetzt einen Grund? Kann man nur... Kann man nur verschenken, kann da drin. Also, wenn wir in einem Team fahren würden wir spannend. Ja, also würde ich auch bevorzugen. Das ist... Dann einfach auf dem Nachmittag 16 Uhr verschieben oder so was. Weil ich weiß, wie solche Rennen sind da vorne. Weil ich hatte... Ich hatte auch kein Gegner hier. Weil am Start war der... 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 Der hat nur drei Sekunden weg. Und dann war ich mein einsames Rennen gefahren. Ein Überholmann über hab ich gemacht. Gegen Rollen... Grosjean. Okay. Hab gar keines gemacht. Ne, aber ich würde echt mal sagen, dass du irgendwie... Manchmal ohne Ideal-Line versuchst. Das ist nicht schwer, die Schrecke. Ja, die könnte ich auch ohnehin fahren. Dann machst du's mal. Oder... Weil letztens einfach das um... Ja, Button hat für die Aktion gegen Wellen... Ne... Ne... 3-Grid-Strafe bekommen. Also bekommt die Alonso reingedrückt. Alter. Nein. Das ist das Fahrt. Nein. Das geht nicht. Das geht nicht. Das sind Fahrerübergreifend. Punkte sind ja auch nicht Fahrerübergreifend. Ja, worum hat denn... Warum hat denn... Warum hat denn Button ne 15-Bit-Tach-Strafe bekommen? Hat da auch nicht bekommen sollen. Da steht wer. Da steht wer. Fährt wieder. Steht wieder. Ich kann keine Fahrerstrafe übertragen auf'n anderen Fahrer, das geht doch gar nicht. Ja, und was willst du der Strafe denn machen? Die können sie nicht wegfallen lassen. Eigentlich geht man davon aus, dass das Team betrifft. Dann sollen sie ne Geldstrafe aussprechen. Oh, der Mitten und der... Der Bottas kann mal ranleeren. Der Mitten und inzwischen. Wo sind denn die beiden? 5-6. Jetzt wird... Kommt wahrscheinlich Bottas am Windschatten, der hier jetzt rechts vorbei. Oh, mein Motor hat... Ja, macht er rechts vorbei. Bottas gegen Hamilton. Vorbei. Macht innen die Tür denn zu. Ja. Bottas ist vorbei. Ja. Und wie sieht's bei dir mit dem Sprit denn so aus? Äh... Sodass ich angenehm durchkommen. Auf Standard. Achso, ok. Ich fahr fett. Ja, das bin ich vorhin die ganze Zeit. Schon wieder gelb? Gelb, gelb, gelb. Nach der lange Rade nach Eau Rouge. Wo denn? Gelbe Karte. Ich schwitze schon wieder aus. So lange ein Fischer auftritt hier ist alles gut. Boah, die wurde ja beim Pokalfinale richtig ausgefiffen. Ja, so ne Show gibt's einfach im Fußball nicht und soll da noch nicht hin. So ne Halbzeitshow ist durch der Super Bowl. Da ging's ja nur um Drecksgeld. Und das ist nämlich für die Welt, weil das so, weil das so, weil das, keine Ahnung, zweitländer übertragen wird oder so. Alter Leon, behalte er meinen fünften Platz. Du verlierst richtig maßig Zeit. Die überholen nicht gleich. Oh ja, ich seh's. Die sind ja schon dran. Was hast du für Benzin? Hast du noch ein, zwei Runden drin? Ja, keine Ahnung. Wie schnell sind denn die? Du wirst gleich eingeholt. Lauf doch gleich auf der Garant. Oh, Leon. Wie schnell ist denn der? Wer ist denn der? Alter. Alter. Okay. Alter. Loll. Was hast du gemacht? Ich hab nix gemacht. Leon hat den in der Mitte getötet. Danke Leon. Danke Leon. Danke Leon. Wengen hab ich ein Bottas getötet und ich hab bei mir geghostet. Du hast ihn getötet. Jo. Das war, das war für die letzten, ne, für die letzten Schikane. Leon? Ja. Die Mitte war links. Bitte Bottas töten. Bottas tot. Das ist so eine typische Chemie-Racker. Das ist tot. 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 Ich hab nichts mehr gecheckt. Aber Hamilton war gestern angepasst. Ich wollte ihn bei Platz 13. Das war nicht der Hamilton. Nein, das war Bottas. Das war Bottas. Stimmt. Ohne Frontfrau. 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 Ich glaub den hast du sonst zu übergehen. Alonso. Hol den. Alonso. Alonso. Aber nochmal ganz kurz zurück zu kommen. Ich würde das wirklich praktisch neu anfangen aber mit verschiedenen Autos aber halt die Punktzahl aufschreiben. Nein. Geil. Versuch einfach nochmal ohne die Erde nochmal zu fahren. Das ist deine letzte Runde. Die letzte Runde des Rennens. Äh. Wenn du auf Soft so schnell... Jo der Pass ist. Okay. Tschüss Bottas. Schon wieder gelb. Ach der. Der Bottas ist. Der Bottas ist gerade in den Red Bull da reingefahren. Schön. Alonso bei den neunten Platz. Ne. Aber komm was da. Hol den. Aber einer ist gerade ausgeschieden. Ich glaub das ist der Riccardo. Ja das ist der Bottas ja groß. Das glaub ich. Nester verslappen. Alonso holt es den neunten. 2 Punkte. Ruter und die 4 Punkte. Gut gemacht. Alter was ist das für ein Train? Da hinten. Ja riesen Train. Ich bin ehrlich ne ich hab niemals gebraucht. Ich hab mir gedacht dass ich 22 mal durch diese fucking Hohensch komme. Warum? Ich hasse die sogar. Wer ist die nicht? Du kannst die auch voll nehmen. Die Controller ist schon schwieriger. Guck mal auf die kann man auch voll ohne Pfeifen nehmen. Da kommt der ganz leichtes Hergengehen. Da muss man bloß aufpassen. Wenn du die einmal zu schlecht erwischst dann musst du vom Glas gehen. Nein. Ja das ist die letzte Runde. Das ist die letzte Runde. Das ist die letzte. Jo ich dachte die sind schon durch hier. Alonso gegen. Gegen Macher stoppen. Auf Glückwunsch an Swaggy. Auf Glückwunsch an Swaggy. Auf Glückwunsch an Swaggy. Auf Glückwunsch an Swaggy. Viertelzehnter. Bitte. Auf Glückwunsch zum zweiten. Das ist auch nicht der letzte Verschnitt mit der KI. Danke. Bei der war das jetzt nicht schwer. Also ich hab mit dem zweiten gerechnet. Wenn die KI so eine dumme Moves da macht. Oh oh oh. Leon jetzt mach keinen Scheiß. Phil verbremst. Den gar nicht ziehen wir. Philipp ist klar. Ja ich bring den heim. Justin ist klar. Weil Leon nicht. Leon gegen Himmel. Oh Podium das gibt's ja gar nicht bei mir. Rückwunsch. Ja vierter. Ich glaub nach Österreich oder? Ja. Hei 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 hei. Und Leon mit vierter. Alter. Boah. Ah wieso muss er mit... Das ist nur noch ich. Ihr Lieb. Palma vier stops. Er als ob keiner ne 1,50 geschafft hat. Boah das ist raus. Als ob keiner ne 1... Bossback 1,50, 8. Ah ne doch. Ja ne. Aber guck mal die schnellste Runde an. Das war eindeutig. Ach so. Neun. Ja du warst 1,3 Sekunden schneller. Das ist einfach zu schnell. Boah Fälle. Gäbe genug. Hülkenberg hat zwei stop and go strafen bekommen. Gäbe flagge Runde 1. Also das gab nicht das Spiel leider auch nicht. Runde 9 war ich. Runde 9 kam ne 2 Runden Philipp also. Ja 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 ja. Runde 10. Runde 10 war Swaggy schon. Äh zwölfte Runde stop and go. Swaggy ist denn... Swaggy ist denn... In die Box gefahren. Und war in Runde 10. Ja und Runde 10. 10, 11, 12. Drei Runde. Boah. Ja er war in der Runde 9. Ja er war in der Runde 9. Also drei ganze. Ja drei ganze musst du in dem Safety cap fahren. Boah hat mich denn Bottas berührt in Runde 1. Und dich denn der berührt. Das habe ich nicht mal wahrgenommen. Ach Gott wir hatten scheiß Rennen. So die WM. Reggie auf der 2 mit einem Punkt vor Bottas. Ey ich bin sogar nach vorne gekommen. Nice. Zweiter. So Reggie zweiter. Geil. Elf Punkte noch auf den Hamilton. Den holen wir uns das nächste Mal. Auch Justin auf die 12 vor. Mit 46. Schön. Forst India in der Konstrukteurs WM auf der 3 an Red Bull vorbei. Punkt gleich. Und Justin wir holen uns am nächsten Wochenende den vierten Platz in der Konstrukteurs WM habe ich gehört. Ja wird schwieriger ne. Ah easy. Unsere Strecke. Auch Semi. Oh das ist allerdings. Ja gut das ist auch ein Heimspiel für uns. Ja ok Semi heißt Bob Welcher. Ich habe gehört Zweig du fliegst nächstes Mal raus genauso wie bei Mercedes und ich gewinne und dann bin ich zweiter. Ähm. Gute zu mir. Gute zu mir. Gute zu mir. Gute zu mir. Dann machts gut. Jaffau. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss.